Hallo ihr Lieben, hier ist Really White Chocolate Night, heute unter dem Motto Meets Venice Beach. Und wir gehen jetzt mal rein und schauen, wie heiß es dort abgeht. Kommt mit. Wir gehen jetzt mal rein und schauen, wie heiß es dort gibt. Wir gehen jetzt mal ins Getümmel, wir schmeißen uns auch mitten in die Party. Kommt mit. Hallo. Wie gefällt dir die Party? Wunderbar, sehr schön, ja. Willst du das erste Mal hier? Nee, das zweite Mal. So mögen wir es, die soll immer wieder kommen. Hallo, unsere wilde Tänzerin, sie tanzt für uns und sie macht es sehr, sehr gut, sie ist heiß. Auf jeden Fall, die Männer sind hot, hot. Besser geht gar nicht mehr hier. Ja klar sind die Männer heiß, wenn man sie tanzen sieht, sind alle Männer heiß. Schade eigentlich. Oh, hi. Wie findet's die Party hier? Die Party ist einfach der Hammer. Ein Lob an das WCN-Team. Super gemacht. Das muss man sowieso sagen. Das WCN-Team stellt hier alles selber auf die Beine. Und das machen sie perfekt. Nur für euch, für euren Spaß, für euren Fun. Und dann, wir gehen weiter. Jetzt gehen wir mal in den VIP-Bereich. Hier tummeln sie die Reichen und Schönen. Oder die, die es sein wollen. Aber wir nehmen jeden auf. Hey. Und hier haben wir Josefa Alicata, der heute hier seinen Geburtstag feiert. Hallo. Herzlichen Glückwunsch, mein Schatz. Danke, Bibi. Ich freue mich immer wieder zu diskutieren. Wie kommt es, dass du hier feierst? Erzähl mal. Weil ich immer hier gerne will. Ich spiele immer gerne White Chocke Party in Köln, weil es sind sehr nette Leute wie die Bibi. Alle machen. Ob das die Kunden sind, ob das alle. Und das ist die neue Schöne, weil ich zögerlich war. Die große Alicata. Ah. Hallo. Hallo. Es ist schön zu sehen, dass alle hier immer feiern kommen. Und das Schöne ist, ihr könnt hier im Loom auch an den Tisch mieten, wenn ihr auf der WCN ganz besonders feiern wollt. Also kommt, macht mit und feiert. Heute, ich war's. Heute, heute, heute. Yeah. Pizza. Shit. Musik Wir haben jetzt schon 6 Uhr und die Party nimmt hier überhaupt kein Ende. Es geht immer noch weiter. Also, hier kann man feiern, bis der Arzt kommt. Nur ich, ich kann nicht mehr. Wir tun die Füße weh und deswegen machen wir jetzt Feierabend. Was meinst du? Auf jeden Fall, 6 Uhr morgens, es geht nicht mehr. Es ist Feierabend und ich würde sagen, Mädels und Jungs, kommt, auf diese Party müsst ihr erscheinen. Denn hier ist Party nonstop. Es gibt kein Ende und es macht Fun und Laune. Ich warte auf euch. Ich kann nicht mehr. Das ist die Party run. Ja, das ist der Punkt, ich bin auf die Seite. Ich bin auf der Seite. Ich bin auf der Seite. Bis zum nächsten Mal.